So, also wir befinden uns jetzt im Tian-Hok-Keng-Tempel, da ist der Markt, da kann man sich Räucherstäbchen holen und kann sich dann da vorne hinsetzen, da wo diese Sitze sind und kann dann eine Runde beten, was diese junge Frau jetzt hier auch gerade macht, allerdings mit Blumen. Wir mussten jetzt extra warten, dass die Leute fertig sind mit dem Beten, weil man darauf Rücksicht nehmen soll. Ja, theoretisch nicht, aber man lässt es trotzdem mal. Da sieht man auch noch ein paar die Läucherstäbchen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.